so na ja toni ruf jetzt bitte nicht an das ist jetzt unwichtig für mich so und dann heute machen wir mal ein bisschen die jachtmission schauen wir uns einfach mal an so ich habe auch keine ahnung was mich jetzt oder was uns überhaupt erwartet so drücke die mission ist superjacht live über bord zu spielen so heißt diese mission somit aber schon gar nicht vollgeheißen ja die kannst du tatsächlich sogar zu viel also bis vier leute spielen 1 bis 4 leute das ist wunderbar und deswegen stelle ich die auf schwer damit wir da ordentlich kohle schöpfen können und dann lade ich euch einen einladung wäre raus jetzt einfach so leute ich guck die ganze zeit zur falschen jagd ich habe mir die drei ich habe die ganz ich habe ja die ganz teure jagd hast du da gucke ich doch richtig kann sagen ja ich habe keine ja müsste die black pearl sein so ist meine jacht nämlich tatsächlich ja sie war halt keine ahnung wohl für sich was den namen was den namen betrifft und deswegen habe ich gesagt kommen jetzt ist es einfach so so wenn er da nicht so und sagt bescheid bitte weil dann kann ich nämlich gleich sofort starten ich bin soweit dann rico auch bei dir oder brauchst du noch moment ich bin bereit okay dann geht's los gucken wir mal was uns heute erwartet das schön doppelte erfahrungspunkte und alles drum und dran wenn das richtig geld gibt dann kann man ein bisschen was verdienen ein föhliches ermorden so haben wir mal ein bisschen was neues wieder weil die gab es gibt es noch nicht so lange die mission ich weiß es will es nicht wenigstens trägt der maske wer fliegt wer bietet sich freiwillig an bitte die markus fälligst du ja gut weil mir gehört der heli ich kann hinten saufen gehen ja genau wir waren sogar noch chauffiert warum warum haben sie eine maske auf weil ich ein kopfgeldjäger bin so ich gehe jetzt ich so viel champagner beim weg zur mission ego perspektive ganz schön jetzt kannst du champagner saufen ich beobachte dich schöner abschnitt übrigens gut zu korona zeiten der slide ja ich habe schon termin ja auch am 15 halb sechs abends ich habe am 6 april um zehn zwölf ok also noch zum kurzen erledigen mussten sehr gute aussicht immer wird auf die straße blicken sind der pilot scheiße oder bin ich besoffen hier jeder muss mir auch ein denken ja genau können dir können ja ich habe gut da so schaltet die jetski diebe aus also müssen wir tatsächlich runter ja da hätten wir tatsächlich was anderes ich hätte tatsächlich eher mit dem buzzer fliegen müssen oder wir hätten besser fliegen müssen ja am einfachsten gewesen weil da dann alter es war nicht schön aber einer ist tot da bin ich gerade hinter dem ja ja warte mal ich weiß ja sein ja das doch unterwegs gut das heißt unterwegs auf der straße ja und weil das hinten unterwegs ist ich gehe mal runter immer zu ist ich mache das leider in einem der gas habe ja ja da kommt schon kommt jetzt angelaufen ich habe die dokumente ja sehr gut ja wir wollen sagen der heli der müsste kurz hier runter kommt das geht kannst du hier um die landen haben wir haben ja ja vorsichtig ja wohl von der war ok ich habe ja doch schön dort ist schräg runter gegangen und hat mich im motor weg geholt ich habe so gesehen das ganze blut ja wir müssen aber jetzt boote zerstören also das ist jetzt nicht tragisch ja warum geht der nicht hoch er geht nicht mehr hoch er ging nicht mehr hoch käft sein blut hat einfach magische kräfte ich habe ich bin hier auf dem jet ski gespielt na super ok ok läster will lass mich gerade nicht in ruhe bin ich allein jetzt oder und seit ich in not beide bin ich bin gleich explodiert ok ja und du hast ja vorher das team leben von kämpfen ja in rotoren verbraucht ja ich bin tot ich konnte kopf sich allerdings machen wir richtig boote hochgejagt habe ist der allerdings ist der heli ja da ja ich konnte kopf sich loswerden ja die mission ist definitiv nochmal neu machen ich glaube was ich jetzt bei dir aussieht tut mir leid ja alles gut ist es passiert einfach so zu sagen natürlich passt mein gott ich habe eine trophäe erhalten mhm wow juhu ja Teil der Crew ja Teil der Crew wollte ich gerade sagen die kriegst du ja ziemlich am Anfang du müsstest auch tatsächlich wenn wir die heißen Spiele dann noch extra Geld kriegen weil die die glaube ich noch nicht gespielt du hast die glaube ich noch nicht gespielt hier ne auf der PS4 oder ich habe noch gar keine Mission also ihr seid meine erste Gang so nach dem Motto ist egal ja gut ja ich freue mich auch also lange jemanden gesucht ja wir nehmen ja wir nehmen ja Leute auf gerne wir haben ja auch einen Aufruf gestartet deswegen und wenn es halt passt irgendwie vom Dings her vom Sympathischen her dann nehmen wir die Leute mit gerne dazu ist ja kein Problem umso mehr Leute umso besser weil es auch noch mehr Spaß macht und man einfach mehr machen kann als wenn man nur irgendwie mal zu zwei zu dritt oder sowas ist oder einfach ich will halt viel mehr Dinge zeigen können und das können wir nicht wenn wir nicht alle sind so ich rufe jetzt einen ich rufe jetzt mal ich rufe gerade ich rufe gerade ich will gerade was anrufen was du hast die Wons Nummer das ist ne ne die Tänzerin für zuhause die ruf ich rufst du doch meistens bist du ins Wasser gefallen ja ich wollte einen Stunt machen aus auch ja ich rufe die jetzt und die Process die hab nur dein Bein gesehen du ganz klein du weißt nur, dass ich gerade versucht habe ein Handy anzurufen naja, keine Sorge es gibt gleich eine kleine Begrüßung so, also, noch mal mehr wie wir es anrufen sollen wir mal ein Handy bitte schicken ach, ich will keinen nicht mehr wie wir es anrufen sondern Pegasus die Dings ach, da kommen sie schon Helikopter wir machen wieder nur allmöglichen Scheiß, nur nicht das, was wir eigentlich machen wollen so, ich habe mich gerecht oh, jetzt kommen Unmeng an Bullen, super hast du keine Sterne, oder was? ein Stern ein Stern sind das nur Bullen, die jetzt gerade kommen, oder was? ne, also hier hinter mir sind irgendwelche oh mein Gott ich werde hier angegriffen volltreffer was weiß du, was weiß du, ob ich gesagt habe, ich habe gerade eine Begrüßung angerufen ich habe doch schnell die Sterne angerufen, während der gerade deswegen fragst du so, kommen hier nur die Bullen? ich habe mich ja gerade gefragt, ob sie noch da sind, weil die haben, Moment, jetzt rufen sie mich gerade an Operation Erfolgreich dann sind sie weg dann stellen die Söder angerufen vom Levelwasser die kannst du ja dann anrufen, die kostet ja 5.000 oder so danke, dass ich dir 5.000 Euro wert bin ich habe genug geholt, ich habe hier irgendwie noch 2,9 Millionen oder so du kriegst ja jetzt hast du glaube ich einmal eine Million bekommen und am 1. April kriegst du glaube ich schon mal anfangs des Monats immer noch eine Million extra bis das Spiel auf die PS5 rauskommt ich habe jetzt 3 mal schon ach, wie gesagt, du verdienst ja relativ zügig um die Kohle so, und jetzt nochmal zurück zur Yacht und versuche das ganze Ding nochmal also was heißt ganz noch ein Ding? ja, kommen wir schon hin machen wir mal ein bisschen Spaß endlich war wieder ein bisschen Spaß am Spiel also ich habe ja eigentlich immer schon Spaß an dem Spiel aber dann machst du halt trocken irgendwelche Missionen die ganze Zeit und jetzt hast du nochmal ein bisschen wenn du noch ein bisschen mehr machen kannst weil der Markus hat sich letztlich nicht so einfach überrumpelt der hat sich die von den Siltern nicht überrumpeln lassen der hat das sofort geblickt aber beim neuen Ding kannst du kurz einen Siltern anrufen so, also ich starte nochmal die Mission ich weiß nicht, ob ich euch abholen soll kurz zur Yacht, braucht ihr da wie jemanden? ne, wir fahren gerade noch so, versuchen wir es halt nochmal muss gerade gucken, wo meine hier hinten steht es da steht die da oben irgendwo ja, mit dem Buzzer ist es doch nicht einfacher weil du dann ja, die Feinde aus der Luft holen kannst toll so, also nochmal schade, geht das nicht mehr ne, warte mal hier war das so ach, der nicht hast du Glück gehabt ich wollte eigentlich einen Räuber noch anrufen aber scheinbar haben sie das rausgenommen ein Räuber ja, du kannst einen Räuber anrufen und der nimmt dann das ganze Geld was du nicht auf dem Konto denkst hast nicht auf dem Konto ich habe keinen angerufen deswegen ich dachte mir die Söldner, die sind schon hardcore genug der will mich pleite machen ich bin nur für das Geld, was du offen hast ich habe es aber schon kein Geld du kannst dann aber auch wenn wir weglaufen mal schießen dann kannst du deine Kohle wieder zurückholen aber ich weiß halt, wie gesagt oder ich habe einfach falsch telefoniert so, okay, dann gehe ich jetzt noch mal kurz zum Jacht starten wir nochmal die Mission nehmen und diesmal habe ich noch einen Heli draußen stehen jetzt war es auf der Jacht schön ich bin beim Arsch spiele also machen wir es noch mal so also das ganze noch mal auf schwer meine partie mit die einladung dann raus ihr sagt bescheid wenn ihr starten wollt also ich bin bereit ich hoffe dass wir diesmal da haben das klingt wieder gerade ein bisschen aber es dauert jetzt gar nicht mehr geht es los ok theoretisch wurde vorne drauf der buzzer stehen denn halt wie gesagt gespawnt hat oder den drauf gelassen hat beschädigt das ist nicht der steht nicht im pool der steht vorne auf der spitze eigentlich müsste dürfte der nicht auf einmal hinten stehen ist ja nicht der buzzer der buzzer das ja ich habe jetzt noch gar nicht doch doch du kommst ja vorn rüber oder ich wüsste es dann muss ich jetzt noch mal neuen heli anfordern doch pegasus war das ich hoffe das ist jetzt geht es nicht mal nicht weil ich würde gerne den links hier angefordert bekommen ich mag gar nicht weil ich weiß wo der steht der ist ein bisschen was er steht ein bisschen außerhalb der steht quasi da wo wir eigentlich auch hin müssen der steht unten an dem hat annehmen an den pierce haben er dem kleinen dieser kleine dieser kleine hafen ja ich gehe mal kurz weg bitte weil das hat ihm schon gereicht wieder aber unheimlich dass er hier nicht gespawnt ist markus kommst du oder bist du mit fassadum unterwegs ich war hier mit den ok also quasi machen wir die machen wir die quasi getrennt also du gehst schon mal ein bisschen vorarbeiten guten tag herr präsident wo müssten sie denn wieder hin da wo es markiert ist alles klar genau das du bist schon da hinten unterwegs und hier kommen die rettungsflieger sr 71 auf flugposition dsr 71 bundeswehrhelikopter das ist eine serie ich kenne mich nicht wirklich mit links ich kenne nur dieses medikopter 11 7 ja das ist das andere also ich kenne tatsächlich damals wo ich meine oma und mein opa mal war die haben wir mal die rettungsflieger geguckt aber ich glaube die waren meistens im flugzeug unterwegs aber wie gesagt das ist da war ich klein noch so erstmal nur weiter fliegen noch nicht dran noch nicht noch nicht hier landen der steht warte mal bisschen links bisschen links auf der freien fläche links von dir genau da wo der heli landeplatz ist quasi jetzt schneller unter dir ist quasi von rechts bis runter gehen da und müsste der heli stehen genau dass der der basse hatte da und der einzelne sind kampfheli mit raketen so das ist für mich am einfachsten ja ich weiß schon alles gut soll man nicht ab und markus oder was du da unten von der los vom boden aus ich bin gleich hier in den karen ja bitte vorsichtig ja ja ist es gerade gekippt deswegen bin ich so schnell hoch ja hat es gesehen gut alles gut ich warte auf dich kurz hier unten bitte nicht an wir fallen lassen die heli sondern die militär einheit ist bereit eko perspektive und let's go da kann ich ja gar nicht schießen wenn ich bin aber doch schießt ich schießt mit meli so der zweite ist tot ja wir sind auch schon dran ich schnappe mir mal die dokumente ja ich hier ist tot so als nächstes müssen wir die 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 links zerstören die boote die dokumente aus marfen müssen ja die boote liegen sie die nicht markiert noch nicht noch nicht aus wenn du da hast du die kommen hier vorne ja alles klar bis ich bin mit dem brot gerade auf land gelandet kommst du erst mal weg wieso muss ich jetzt nochmal die dokumente sicherstellen war das nicht nur einer wie soll das eigentlich sind dass die ganze boote die unten stehen aber wie soll ich muss jetzt gerade warten bis die emotionen weiter geht so jetzt geht's los so eine habe ich erledigt ja wir sind auf der letzten dran ist weg so schüttel die kopf ab brauchst du abhol service da unten alles gut dann geben wir auch wieder hoch müssen aus dem links raus war doch mal das war doch mal ein bisschen einfacher gerade als man also da unverboten ich kann tatsächlich auch nur diese kleinen helis fliegen die großen die sind für mich nicht fliebbar also ich bin halt über dem wasser tier das ist so mein liebeseli weil der einfach genug kann so der bestimmte handy alterung für dein handy wir hatten halt auch die alterung ich habe gesagt ein heli hat schon eine handy alterung so gut ist ja wir auch so du musst das ist ein team das geht ja du musst das gebiet noch verlassen genau ja macht raus da junge sauber leute mission bestanden ihre 30.000 30.000 verdient ja für ein bisschen krumm geballert wow ich bin ein rang erhöht das geht jetzt verdammt schnell du kriegst jetzt 56.000 erfahrungspunkte pro mission so machen wir euch weiter mit der zweiten im zweiten teil ich habe nur ein team gekillt man bin ich nicht so gut ich saß da auch nur der seite wo gesagt du bist quasi jetzt in dem moment mit geflogen mit mir das ist aber alles gut mein gott trotz jeden fall gut kohle gemacht das nicht wissen das ja hier ist nur gängern griff ja ich hänge immer noch drin auch wieso muss ich dann immer so weit weg sparen jetzt wollte ich habe einen platz auf der monik ab hier und das tisch der bei die aktive wanders wird überwürfen server hier ja sagt hier 30.000 verdient für ein bisschen arbeit so haben wir jetzt noch mal eine zweite mission davon dem oder wie sieht das jetzt aus weiß ich nicht ich weiß es auch nicht tatsächlich ich müsse ob es jetzt so die eine mission ist weiß ich nicht tatsächlich ich fahre mich mal mit der sonnste jacht und das was ein auto hier oder deiner firmen fahrzeug hier gerade nicht also bis hier zu den heli rufen ist das geld schon eingezahlt habe ich weiß ja ich habe es gesehen ich habe den typen aber schon erschossen wie gesagt dass wir mich normalerweise sehr schnell was ausgetrifft aber kurz durchgezogen durch gewischt mit der mit der waffe ich habe zwei davon ja ich habe glaube ich was gepasst hat der fahrzeug oder ich bleibe ich nicht machen du hast kein markus erfahren erfahren fast ja ich bin doch erst ausgewichen also gerade noch aber du hast natürlich trotzdem na gut